In diesem Video beschreibe ich dir das diabetische Koma. Das diabetische Koma oder auch hyperglykämisches Koma ist eine durch absoluten oder relativen Insulinmangel ausgelöste, schwere Stoffwechselentgleisung mit Bewusstseinseinschränkungen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Wirklich bewusstlos sind nach neurologischer Definition aber nur ca. 10% der Patienten. Ein Koma ist eine lebensgefährliche Situation und bedarf sofortiger stationärer Krankenhausbehandlung. In einem Viertel der Fälle handelt es sich um einen neu entdeckten Diabetes mellitus. Es existieren drei Auslöser eines diabetischen Komas. Fehlende Insulinzufuhr, unzureichende Insulinzufuhr oder auch erhöhter Insulinbedarf. Neben der Erstmanifestation eines Diabetes mellitus kann eine über mehrere Stunden bis Tage unterlassene Insulininjektion die Ursache sein. Aber auch eine medikamentöse orale Diabetes-Therapie kann im Verlauf nicht mehr ausreichend sein und zu einem diabetischen Koma führen. Dies kann sowohl bei einem schlecht eingestellten Diabetes mellitus als auch bei fortgesetzten Fehlern in der Bedienung der Spritzen, PENS oder Insulinpumpen auftreten. Bei ungewöhnlich hoher Kalorienaufnahme, plötzlichen Bewegungsmangel oder auch länger anhaltenden Stresssituationen wie z.B. Infektionen, einem Unfallgeschehen, schwerer Erkrankung oder auch Operationen reicht die bisherige Insulindosis nicht mehr aus. Beim Diabetischen Koma werden zwei Formen unterschieden. Die Diabetische Ketoazidose oder auch das Ketoazidotische Koma und das Hyperosmolare Hyperglykämische Syndrom oder auch als Hyperosmolares Koma bezeichnet. Das Ketoazidotische Koma ist typisch für den Typ 1 Diabetes, tritt also beim absoluten Insulinmangel auf. Da kein Insulin mehr von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, versucht der Körper durch Abbau von Fetten und auch Eiweißen Energie zu gewinnen. Es entstehen saure Stoffwechselprodukte, z.B. auch Ketonkörper. Der Blutzucker liegt zwischen 16,65 und 38,85 Millimol pro Liter. Der erhöhte Blutzuckerspiegel bedingt eine vermehrte Harnausscheidung, also eine Polyuri, da die Glucose im Tubulus-System der Niere nicht vollständig rückresorbiert werden kann, was zu osmotischer Diurese führt. Zusätzlich kommt es zu einer Übersäuerung, also einer Azidose, durch den entgleisten Stoffwechsel. Der Körper versucht, dies durch verstärkte Abatmung von Kohlendioxid auszugleichen. Typisch dafür ist eine häufige, regelmäßige, tiefe Atmung, auch als Kussmaulatmung bezeichnet, hier dann auch mit Acetongeruch. Über die Polyuri kommt es zur Austrocknung, dadurch kann es zu einem prärenalen Nierenversagen kommen. Die Blutsalze, also Elektrolyte, erhöhen sich hierbei. Insbesondere das Kalium ist stark erhöht. Typisch sind oft massive Bauchschmerzen, als brettharter Bauch mit einer Pseudoperitonitis. Es kann aber auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das hyperosmolare Koma ist typisch für den Typ 2 Diabetes, tritt also beim relativen Insulinmangel auf. Es wird noch körpereigenes Insulin produziert, das ausreicht, um den überschießenden Fett- und Eiweißabbau zu hemmen. Hier sind die massiv erhöhten Blutzuckerwerte, also einem Blutzucker oberhalb von 33,3 Millimol pro Liter, das Problem. Durch den hohen Blutzucker erhöht sich die Osmolarität des Blutes. Auch hier kommt es über die Polyuri zur Austrocknung. Dadurch kann es zu einem prärenalen Nierenversagen kommen. Die Blutsalze erhöhen sich. Insbesondere das Kalium ist stark erhöht. Insbesondere durch die Exsikose kommt es zur zunehmenden Apathie bis hin zum Koma. Geruch nach Aceton im Atem, also Geruch nach faulem Apfel, auch früher in Nagellack oder Nagellackentferner enthalten, bei der ketoazidotischen Stoffwechselentgleisung. Durst und stark vermehrtes Trinken als Polydipsie, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit oder auch Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen bis hin zu Hypotonie, Muskelreflexabschwächung können alle als Warnzeichen der Entwicklung eines diabetischen Komas vorausgehen. Neben dem Absetzen eines Notrufes und dem Anwenden der stabilen Seitenlage bleiben im Ersthelfer nach Eintritt des Komas keine Möglichkeiten der Intervention. Die wichtigste primäre Maßnahme ist die intravenöse Zufuhr von Flüssigkeit im Sinne einer Elektrolytlösung schon durch den Rettungsdienst. Die Gabe von Insulin ist der stationären Therapie vorbehalten, da Insulin neben seiner Blutzuckersenkenden Wirkung auch die Aufnahme von Kalium in die Zellen fördert. Da das Plasmakalium präklinisch nicht kontrolliert werden kann, besteht die Gefahr einer Hypokaliämie, wodurch die Reizschwelle für die Erregbarkeit von Zellen erhöht wird. Besonders am Herzen kann sich dies durch maligene Rhythmusstörungen bemerkbar machen. Unter engmaschiger Laborkontrolle der Nierenwerte, der Elektrolyte, des pH-Wertes und des Blutzuckers erfolgt die langsame Normalisierung der Stoffwechselwerte. Nach Erreichen eines normalen Stoffwechsels erfolgt die Neueinstellung des Diabetes mellitus in Abhängigkeit von der Art des Diabetes, also Typ 1 oder Typ 2, und auch der Ursache der Stoffwechselentgleisung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017